Also sagen Sie erstmal auf Deutsch, ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Ich bezeuge, dass keinen Gott außer Allah gibt und ich bezeuge, dass Mohammed der Diener und Gesandte Gottes ist. Und dann noch sagen, und ich bezeuge, dass Jesus der Diener und Gesandte Allahs ist. Und jetzt auf Agabisch, Asshadu an La Ilaha, Asshadu an La Ilaha, Asshadu an La Ilaha, La Ilaha, Illa Allah, Wa Asshadu an Mohammed Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah. Applaus Applaus Kallallahu ta'ala Allah sagt im Koran Kallallahu ta'ala 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 dass wir die Fragen jetzt kurz behandeln werden und dass wir Inshallah das baldes Ende haben. Und hier haben wir einen Mensch, der in diesem Moment den Schritt machen will vom Nicht-Muslim zum Muslim. In diesem Moment, wo er diese Scherde ausspricht, werden alle seine Sünden vergeben werden. Und wenn jemand vorher Christ gewesen ist, dann soll er auch noch sagen, und ich bezeuge, dass Jesus Allahs Diener und Gesandter ist. Okay, bist du bereit? Ja. Für die Scherde, Alhamdulillah. Ja. Ich bezeuge, dass Allah der einzige Gott ist und dass Mohammed sein Gesandter und Prophet ist. Kannst du das auch noch auf Arabisch? Ja, auf Arabisch, ja. Auf Arabisch Der Spiel! Der Spiel! Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD